Springer, komm! Alle sind! Alle sind! Sensationell! Ist das das Trainingslager von Mitte-Schweizwahl, oder was? Jetzt sind es auch, aber es ist alles dran. Wir haben vor, vor, vor. Ich werde euch übertreuen. Könntest du schnell anfangen? Warte mal, warte mal. Ich bin Tom, ich werde euch übertreuen. In diesem Jumping auf dem Halt. Es wird sicher lustig. Eine Geschäftsleitung gibt heute Verbot, um mitmachen, sonst hätten wir wieder einen weniger. Und wir sind nicht so viele. Jedes Mal, wenn einer rausgeht, kommt einer kaputt nach Hause. Aber was heisst das konkret? Wer springt jetzt? Ja. Am liebsten wäre natürlich schon die Kommunikationsabteilung. Die hat ja sicher einen ruhigen Sommer. Die könnten jetzt auch mal etwas riskieren. Äh... Aber quasi! Musik 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 Schau mal den Kopf schütteln! Es ist ganz trocken, wenn du den Kopf schüttelst. Okay, die Drehung habe ich schon reserviert für euch. Wir fahren mit dem Nobo, das ist sicher etwas wie Ego, aber es geht auch. Wir fahren mit dem Nobo runter. Wir fahren mit dem Nobo runter. Ja! 3, 2, 1, go! 3, 2, 1, go! Schrafen! Der dritte Teil ist eigentlich Slippenslide, wisst ihr was Slippenslide ist? Auf den Arsch runterrutschen. Wenn wir die, die vorhin schon da waren, haben wir schon gesagt, unser Rekord, der interne, ist bis dahin, genau da landet, mit Slippenslide zum Arsch. Amitest! Freestyle! Rock the microphone, carry on, with the free styler. I've got the, to throw on, and go on, you know I've got to flow on, select the so few radio players, couldre prepare me for ozone, but that's not also hold on, tight as a rock the mic, right?Oh excuse me pardon as synchronizer with the analyzer, upcoming vipester session, let there be a lesson question, You carry protection Now when you're hot Go on like Silent Deon Come on Chameleon